Was war das denn für ne wacke Blamage? Ich mach ne Quali und die Leute sind gehypter als aufs letzte Finale Sag mir, was war bitte diese erste Staffel für'n Schrott? Ich geb mir minimal Mühe, Crumble bedankt sich bei Gott Es gab in 19 Runden keine Zeile, die gefällt Wird die zweite Staffel auch, so ist das leicht verdientes Geld Rapp ich meine Zeilen straight auf den Beat? Geht Yokai an die Decke wie bei Rainbow Six Siege Hier passiert so ne Blamage, nicht nochmal Ich stell euch in den Schatten, so wie Schokolade im Sommer Mich juckt das Tournament ein Scheiß, ich bin nur da für meinen Shutter Ob ich das Ding easy gewinn? Was für ne Frage, du Opfer Ich kann auch easy ohne weiteres paar Zeilen, die nicht krass hinkicken Und du wirst trotzdem der Meinung sein, ich hätt abgerissen Für mich wird das Ganze zu leicht, ich treff den Takt und das reicht Also spart eure Lines, ja Also spart eure Lines, ja Also spart eure Lines, denn es bringt nichts mehr Denn es passt, geht am Mic, seid ihr nichts mehr wert Also spart eure Lines, ja Besser spart eure Lines, ja I'm always flexin' Ich hab dich get am Takt und das tun! Danke, du Hättest dich lar & zu gleich! Und du hörst dich, du bist zu leicht, ich werde zu viel Und du hörst dich, du hörst dich, du hörst dich, du hörst dich Bis zum nächsten Mal.